Die Indie-C ist am Nachmittag. Man könnte sagen, was geht ab? Es ist der Kurs offensichtlich und zwar nach oben. Wenn wir uns das mal anschauen, hier der F-DAX hier im 5-Minuten-Chart, dann sehen wir das zumindest mal für alle, die jetzt am Nachmittag aktiv werden wollen. Die aktuell jüngste Situation eher für die Long-Seite spricht. Warum das Ganze? Naja, die Abwärtsseite, die wir hier haben, die sieht klar überschneidend aus, also korrektiv. Das heißt eigentlich nicht mehr die Haupt-Trend-Richtung, wenn man das mal so will. Der zarte Versuch, den wir hier nach oben haben, der ist ein bisschen ermutigend für die bullische Seite. Also ein Anstieg, ich mache mal den letzten hier nochmal weg, ein Anstieg nach oben ist immer ein starker Anstieg nach oben. Wenn der gefolgt wird von was Korrektiven, dann ist es eigentlich eine ganz gute Geschichte. Das Umgekehrte haben wir, ich mache das mal zum Augentraining, hier gehabt. Da hatten wir die starke Abwärtsseite und wir hatten ganz klar dreiwellig nach oben und anschließend eben die Fortsetzung hier im Kleinen vielleicht dann auch nochmal. Aber ihr seht so ungefähr dieses Prinzip, wenn das Ganze uns hier jetzt so entsprechend noch kommt, dann gute Chancen für nach oben. Aber der amerikanische Markt wird sicherlich mit ausschlaggebend sein. Und wenn ich hier auf den Dow Jones gucke, ebenfalls den Future jetzt hier. Und wir können uns den mal ein bisschen groß machen. Ich gehe den jetzt mal bewusst mal auf Minute, nur einfach, dass ihr das mal seht von der Struktur innen drin. Wenn ihr jetzt etwas habt, was so aussieht wie hier, so 1, 2, 3, 4, 5 mehr oder weniger, wo die wesentlichen Korrekturen, das war diese hier und diese hier, nicht überschneidend sind, ist das das Zeichen, jawohl, ist ein Bullenmarkt. Das nächste wäre, wir brauchen irgendwas, was möglichst wackelig runter geht. Und anschließend den Trigger für die Longseite. Das ist auf Minute, bis ihr das Video seht, ist die Situation längst rum. Und mir ist noch nicht bekannt, ob sie rum sein wird, weil der Kurs nach unten ausbricht. Dann gehe ich ja nicht long, weil er ja nicht durch den Trigger gekommen ist. Oder ob er nach oben raus geht, das heißt, das hier triggert. Das heißt, ich zwischendurch zumindest mal dieses hier als eine Longsituation nochmal nutzen kann. Ihr seht, das ist zugegeben sehr klein, klein hier auf Minutenbasis, aber ich möchte, dass ihr seht, dass dieses Grobprinzip hier auch gilt. Ich hatte hier vorhin eigentlich eine Situation, die ich euch gerne hätte vorstellen wollen oder ja auch teilweise vorgestellt habe, nämlich mit einer möglichst dreiwelligen, da war hier der Trigger. Der Kurs hat das nicht wahrgenommen. Dann hatten wir hier, ah, dann können wir den Trigger hier hinsetzen. Der Kurs hat es nicht wahrgenommen, ist erstmal nach unten weg. Das heißt, ihr seht, das ist nicht so, dass es immer dann in die richtige Richtung läuft. Es ist aber so, dass so häufig dieser Trigger nicht gerissen wird und damit die Idee, falsch zu liegen, in der Regel nicht ausgeführt wird, sozusagen. Nichtsdestotrotz, wir sind immer noch im Bereich der Unterstützung bei Donald Jones, also ein Dreh wäre sehr typisch. Ich halte die Long-Seite für nach wie vor spannend, wie ich es gerade im Minuten-Chart auch gezeigt habe und hier im 5-Minuten-Chart. Das ist beim S&P grundsätzlich nicht anders. Allerdings auch hier, da sieht man, wie verzagt der Markt ist aktuell. Wir sehen diesen Anstieg klar korrektiv, auch hier wieder überschneidet. Also die Abwärtsseite ist definitiv nicht die impulsive hier. Das ist also eher noch eine Gegenrichtung. So, aber wir sehen, dass dieser Rücksetzer tief erfolgt ist. Und jetzt gehe ich eine Stufe dichter ran. Wenn ich diesen Anstieg gucke, auch der hier wieder tief erfolgt ist. Also ihr seht schon, das ist ein bisschen problematisch, wenn der so tief runter ist. Das ist kein so gutes Zeichen. Trotz alledem, ich warte drauf, dass er irgendwo wieder mal wackelig runterkommt, um mir dann einen Long-Trigger zu geben. Und das größere Bild, zumindest mal ganz grob erklärt, ist natürlich immer noch die Erwartungshaltung, dass die Abwärtsseite ebenso korrektiv aussieht. Hier im 4-Stunden-Chart. Beim Dauer auch. Nur beim Nasdaq nicht. Beim Nasdaq sehen wir, ich mache mal diese alte Kläherei weg, beim Nasdaq sehen wir, dass das hier klar nicht überschneidend ist. Hier hatten wir eine Gegenbewegung, hier war nicht überschneidend. Selbst wenn man jetzt sagt, ja, aber was ist mit der hier? Auch dieses Hoch ist niedriger als dieses Tief hier. Das heißt, wir haben hier eine starke Bewegungsrichtung. Ich würde beim Nasdaq im 4-Stunden-Chart, ich mache es mal größer, dann seht ihr es besser. Beim Nasdaq im 4-Stunden-Chart eher davon ausgehen, dass wir hier jetzt irgendeine Korrektur kriegen. Ob die so aussieht oder ob die dann doch A, B, C aussieht, keine Ahnung. Trigger auf der Unterseite. Und wenn es doch wackelig ist, Trigger auf der Unterseite, um dann das hier quasi nochmal zu handeln. Das ist aber nichts für den Nachmittag. Deshalb gehe ich jetzt nochmal eine Stufe kleiner und da sehen wir quasi das gleiche Bild auch hier. Auch das machen wir nochmal groß hier im 5-Minuten-Chart. Wo wir gesagt haben, ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn er das hier triggert, dann kann man schon Long gehen. Er hat das jetzt getriggert. Das heißt, wir sind hier schon eigentlich in einer Situation, die gut ist für Long. Viele von euch wissen das. Ich nehme immer gerne nochmal einen Blick oder werfe einen Blick auf die Fibonacci Retracements. Und wenn der hier runter geht, ist das kein so toller Einstieg mehr. Auch deshalb, weil die Entfernung so weit ist und damit meine CRVs, meine Chance-Risiko-Verhältnisse nicht mehr so gut sind. Das heißt, die Idee ist ja nach wie vor nicht schlecht für die Long-Seite. Denn das ist klar korrektiver als diese Aufwärtsbewegung, die wir haben. Also diese gesamte. Und auch wenn ich hier jetzt im Minutenschat nur dieses Ding angucke, ist die Aufwärtsbewegung die klar stärkere gegenüber dem, was wir hier an Abwärtszuckelei haben. Das heißt, aufwärts ist für mich die offensichtlich eher realistische Richtung. Aber wir sehen, wie hasenfüßig der Markt ist, weil er sich so tief eben immer noch wieder runter treiben lässt, wie es jetzt ja bei mehreren eingezahmt ist. Hier sieht man es unter der 78er Marke. Die hatten wir da eben eingezeichnet. Einfach vom Tief. Ich messe es nochmal, dann ist es vielleicht leichter nachzuvollziehen. Vom Tief bis zum höchsten Punkt messen. Dann habt ihr die Fibonacci Retracements. Und wenn der Rücksetzer bis 78 geht, ist das klassischerweise nicht das bullischste Zeichen. Es ist sogar von der Wahrscheinlichkeit nicht mehr sehr wahrscheinlich, dass das so direkt passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht null. Das ist der Grund, warum das für mich dann kein Einstieg ist. Aber hier haben wir jetzt eine neue Situation, nämlich dafür. Und wenn das jetzt hier eine schöne Korrektur gibt, dann haben wir auf der kleinen Ebene, jetzt fange ich an zu schmieren hier, aber es ist halt sehr kurze Chartseinheiten. Das heißt, hier wieder darauf achten, ist das wackelig? Und dann haben wir hier eine Orientierung eher für die Longseite. Zusammengefasst muss ich also sagen, das Bild sieht im Kleinen, ich bin auf 5 Minuten, auf Minute, also für alle Intraday-Händler, sieht das danach aus, als ob wir vorläufig eine ganz gute Chance haben, eher nochmal nach oben dazukommen. Aber spätestens beim Nasdaq, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dieser starken Abwärtsseite würde es mich nicht wundern, wenn wir, was auch immer hier nochmal passiert, als Wackele da in der Mitte, anschließend nochmal mit einer Fortsetzung nach unten rausgehen, vielleicht sogar dann in diesem Bild, aber das ist eine andere Geschichte und erkläre ich in einem anderen Video gegebenenfalls nochmal neu. Also, Voraussetzung tendenziell für die Bullish-Seite, die Kriterien habt ihr jetzt mitgekriegt, denkt dran, wo es wackelt. Wenn ihr euch jetzt sagt, Mensch, macht doch konkret einen Trade draus, das kann ich nicht, weil wenn ihr das Video seht, ist es schon längst wieder Geschichte, im Minuten-Chart macht das überhaupt gar keinen Sinn, euch jetzt das per Video dazu zu schicken. Wenn ihr da Spaß dran habt, dann natürlich super gerne dann sowas wie Born for Trading, da bin ich ja dann live nachmittags und zeige das ja. Für die, die das live sowieso mitkriegen, ist es ja dann einfach nachvollziehbar. Ansonsten aber eben der Tipp, worauf ihr eben euer Auge werfen solltet und dann habt ihr zumindest mal eine verringerte Chance, falsch zu liegen. Und ihr seht schon, ich sage gar nicht mehr, damit könnt ihr Minus-Trades vermeiden. Ihr könnt sie reduzieren, aber ganz weglassen werden wir die alle nicht können. Also es geht mir auch nicht anders als anderen. Also bitte habt niemals den Eindruck, egal wie viel ihr euch informiert und was ihr macht, dass ihr nie wieder negative Trades deshalb habt. Überhaupt nicht. Das werdet ihr leider nicht verhindern können. So, aber mit dieser Art und Weise der Lesart habt ihr zumindest eine Chance, es zu reduzieren. Deshalb das Beispiel jetzt, was ich eben gebracht habe. Euch für den Nachmittag jetzt alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag. Das war's für den Nachmittag. Das war's für den Nachmittag. Vielen Dank.